Fitzcarraldo, Klaus Kinski und Claudia Kardinale. Der Film von Werner Herzog. Erleben Sie die Geschichte eines besessenen Träumers, der mitten im tiefsten Urwald des Amazonas von Caruso und großer Oper träumt und dafür das Unmögliche wagt. Der Film von Werner Herzog. Der Film von Werner Herzog. Werner Herzog. Der Film von 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 Werner Herzog. Ja, ich bin! Ja, ich bin! Ja, ich bin! Ein Film, wie ihn nur Werner Herzog erfinden konnte. Fitz Caraldo, demnächst in diesem Kino.